Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich gerne mit dieser Aufgabe beschäftigen, die mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Hier geht es um eine Parallelschaltung von einem Kondensator oder einer Kapazität und einem Widerstand. Und die werden von einer Spannungsquelle gespeist und von dieser Spannungsquelle ist so ein dreieckförmiger Zeitverlauf gegeben. Und das steht hier oben in dem Text, Bild 1, Bild 2. Und was man jetzt eben machen soll, man soll die Ströme ermitteln, die sich hier ergeben. Also Strom durch die Kapazität, Strom durch den Widerstand. Hier oben sind auch Werte gegeben, ein Kiloohm, ein Mikrofahrrad. Bei dem Kiloohm würde ich sagen, da fehlt noch ein kleines Leerzeichen. Ich bin ja immer so ein bisschen pingelig zwischen der Einheit und der Zahl. Da gehört auf jeden Fall ein Leerzeichen hin. Sonst sieht das ja schon mal ganz gut aus mit kursivem Formelzeichen aufrecht gesetzten Einheiten. Und eben Strom durch den Widerstand. Und dann kann man anhand des Knotensatzes hier oben die beiden Ströme zusammenaddieren, kommt auf den Gesamtstrom. Und dann soll man noch den mittelwert, den arithmetischen Mittelwert der Leistung in R bestimmen. Also sowas wie die Wirkleistung auch könnte man sagen und genauso für den Kondensator. So und wie so üblich in solchen Aufgaben nehme ich mal das Aufgabenblatt, kopiere mir das hier in mein Zeichenpad, schiebe das hier so ein bisschen rüber, mache mein Kamerabildchen ein bisschen kleiner und nehme mal blau, um hier das einzuzeichnen. Beziehungsweise was vielleicht schlauer ist, ich nehme mal diesen Teil hier nochmal separat raus und kopiere den mal einfach ein bisschen größer hier rein. Dann kann ich doch da direkt einzeichnen. Das macht die Sache bestimmt etwas schöner und dann kann ich hier noch so eine kleine Nebenrechnung machen. Also fangen wir mal an mit dem Strom IR von T. Der sollte sich natürlich einfach anhand des Ohmschen Gesetzes ergeben durch U von T, eben diese gegebene Spannung, durch den Widerstand R. Und ja, der Widerstand R sind 1 Kilo Ohm. Ich kann ja jetzt mal das vielleicht sozusagen für den maximalen Strom machen und sagen, okay, U-Dach durch R, das sollte mir den Maximalwert dann des Stromes ergeben. Das sind hier 2 Volt, wenn ich 2 Volt durch 1 Kilo Ohm teile. Oben sind Volt pro Ampere, dann bleibt das schon mal Ampere über, wenn sich die Volt wegkürzen als 1 und 1 durch Kilo. Kilo sind 1000, es sind 1000, es sind 1000, es sind Milli, also da kommen 2 Milli Ampere raus. So, und das heißt, der Strom macht jetzt nichts anderes als genau wie die Spannung dreieckförmig anzusteigen und abzufallen und steigt eben nicht auf 2 Volt als Amplitude an, sondern auf 2 Milli Ampere. Ja, ich glaube, das hat der Stand ja auch schon mal so, schon mal eine 2 gekennzeichnet, ja. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass das ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so Millisekunden sind. Also wir sehen hier drei vollständige Perioden dieser Schwingung und genauso würde ich mal hier dran schreiben 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Millisekunden. Und dann steigt der Strom eben hier so an. Ich habe hier leider kein Lineal und keine Funktion, exakt gerade Linien zu zeichnen. Wenn man das hat, macht das die Sache natürlich deutlich einfacher. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein anderes Zeichenprogramm zulegen, keine Ahnung. Aber ich bin so an dieses hier gewöhnt, dass ich mich ungern davon trennen möchte. Also das sollte jetzt genauso dreieckförmig aussehen wie die Spannung, bloß dass das jetzt ein Strom ist. Aber an einem Widerstand, an einem ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung einfach proportional zueinander. Nichts anderes sagt ja das ohmsche Gesetz. Okay, damit ist dieses Diagramm schon mal abgehakt. Ich nehme mal eine andere Farbe für die Spannung an der Kapazität. Und an der Kapazität gilt jetzt IC ist C mal DU nach DT. Der Strom durch den Kondensator ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung der Spannung über dem Kondensator multipliziert mit der Kapazität. Also wenn die Spannung sich ändert, dann fließt ein Strom. Oder wenn die Ladung sich ändert, denn die Ladung, also die Kapazität hier steht, das ist ja genau das Verhältnis zwischen Ladung und Spannung. Und dann kürzt die Spannung weg und dann bleibt aus der Gleichung ja eigentlich sozusagen direkt über die Q von T nach DT, wenn man das jetzt so ausrechnen möchte. Also wenn sich die Ladung ändert, fließt ein Strom. Wenn sich die Spannung ändert, an dem Kondensator fließt ein Strom. So, und jetzt können wir gucken, naja, also hier haben wir eine lineare Funktion ansteigend. Hier haben wir eine lineare Funktion abfallend. Und der Anstieg hier, wo man jetzt einfach ganz stumpf sich überlegt, was steckt grafisch hinter einer solchen Ableitung? Der Anstieg dieser Kurve, dann ist hier der Anstieg konstant positiv, hier ist der Anstieg konstant negativ, hier ist der Anstieg konstant positiv, konstant negativ und so weiter. Also ich kann einfach schon mal einzeichnen, konstanter positiver Anstieg, dann springt der Strom, dann habe ich einen konstanten negativen Anstieg, dann springt der Strom, und zwar also betragsmäßig gleich groß, dann springt der Strom wieder hoch, dann habe ich wieder einen konstanten positiven Anstieg, einen konstanten negativen Anstieg und so weiter und so fort. Und deswegen kommt da jetzt für die, für den Strom an der Stelle kommt eine Rechteckfunktion aus. Und die Frage ist einfach nur, tja, wie groß ist jetzt IC Dach? Wie groß ist dieser Wert hier und wie groß ist hier unten dementsprechend minus IC Dach? Tja, und das kriege ich eben raus, indem ich mir hier den Anstieg ausrechne. Und zwar, also und den Anstieg der Spannung, also diese Ableitung mit dem C multipliziere. Also können wir das so machen, IC Dach ergibt sich aus C mal und jetzt machen wir einfach aus dem DU nach DT ein Delta U durch Delta T, Delta U durch Delta T und setzen das mal ein. Also die Kapazität steht hier oben, sind ein Mikrofarad, das sind 10 hoch minus 6 Farad, Farad, schreibe ich mal einmal hin, streich gleich durch, sind Ampersekunden pro Volt. Das muss man wissen. Dann können wir gucken, die Spannung ändert sich hier um 2 Volt. Wenn ich hier einen Anstiegsdreieck einzeichne, ist die Vertikale von diesem Anstiegsdreieck, sind 2 Volt. Und der horizontale Abstand hier, das ist genau eine Millisekunde. Und eine Millisekunde sind 10 hoch minus 3 Sekunden. So, und jetzt kürzen sich Sekunden gegen Sekunden und Volt gegen Volt, so wie das hier auch sein sollte, damit eben ein Strom in Ampere überbleibt. Und jetzt kann man noch schauen, Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Minus 6, minus minus 3 macht minus 6 plus 3, macht insgesamt 10 hoch minus 3. Und 10 hoch minus 3 sind wieder Milli. Also hier kommen auch 2 Milli Ampere raus. Also das hier oben, könnte ich auch sagen, sind 2 Milli Ampere oder einfach ist gleich 2. Ja, eineinhalb Milli Ampere steht ja hier schon. Und das hier unten sind dann eben minus 2 an der Stelle. Genau, und für die Negativen, dadurch, dass das hier symmetrisch ist, ist der negative Anstieg eben betragsmäßig genauso groß. Da mache ich jetzt nicht noch mal eine neue Rechnung. Und man könnte auch gucken, also Mikro durch Kilo macht eben auch Milli, falls man es gewohnt ist, eher mit Einheitenvorsätzen zu rechnen und nicht mit 10er Potenzen. Okay, damit ist dieses Diagramm auch abgehakt. Und ich mache mal weiter, vielleicht in Grau. Oder Grau sieht man nicht, ich nehme vielleicht mal Rot. Und benutze jetzt Rot, um den Gesamtstrom auszurechnen, I von T. Und der ergibt sich einfach aus dem Knotensatz an diesem Knoten hier, einfach aus der Summe der beiden vorherigen Ströme, IR von T plus IC von T. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist diese beiden Kurven hier, diese beiden Funktionen einfach grafisch addieren. Und das kann ich so ein bisschen punktweise machen. Also wir können gucken, hier vorne habe ich hier den Wert 2 und hier den Wert 0. Da lande ich insgesamt auch bei 2. Das mache ich mal, zeichne ich mal hier in der gleichen Skalierung ein. Die Beschriftung der Zeitachsen spare ich mir mal. Das ist natürlich die gleiche wie dort oben. So, und hier geht es jetzt weiter. Also hier haben wir immer noch 2 von hier. Aber der Strom steigt hier oben um 2 mA in der 1 ms an, linear. Also bekommen wir hier so einen Anstieg auf 4 mA. So, dann springt der Strom hier um 4 mA nach unten. Also diesen Sprung sehe ich hier auch. Es geht um 4 mA nach unten. Und danach folgt so ein linearer Abfall um weitere 2 mA innerhalb von einer Millisekunde. Dann lande ich an diesem Punkt hier. Also da geht der Strom hin. Dann springt der Strom wieder um 4 mA nach oben. Wieder bis zu diesem Punkt. Und dann ist ja eine Periodendauer um. Und dann wiederholt sich von dem Zeitpunkt an einfach dieser Vorgang periodisch. Also es steigt linear um 2 mA an. Es springt um minus 4 mA nach unten. Fällt linear um 2 mA ab innerhalb von einer Millisekunde. Springt wieder um 4 mA nach oben. Geht hier hoch, springt runter, fällt linear ab und so weiter und so fort. Also das ist jetzt der Gesamtstrom in Abhängigkeit der Zeit. Also hier sind 2 mA und hier oben kann ich nochmal beschriften werden. 4 mA an dieser Stelle. Und damit ist dieses Diagramm auch abgehakt. Die Artlösung kann man wunderbar hier sehen. Dann benutze ich jetzt mal die Farbe Grau, um mich um die Aufgabe B hier zu kümmern. Ermitteln Sie den arithmetischen Mittelwert der in R umgesetzten Leistung. Also schreibe ich mal hin. Hier habe ich noch ein bisschen Platz für Aufgaben Teil B. Und zwar würde man diese Leistung jetzt relativ gut rausbekommen, indem ich rechne P ist I² mal R. Und dieses I hier, das muss der Effektivwert sein. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie kriege ich den Effektivwert raus? Und das, was einem da hilft, ist eben zu schauen, zum Beispiel in der Wikipedia, Scheitelfaktor habe ich auch schon mal in einem vorherigen Video erklärt und benutzt. Da findet man hier eine Dreieckschwingung. Das ist allerdings eine Dreieckschwingung, die hat eine positive Halbwelle und eine negative Halbwelle. Unsere Dreieckschwingung hat jetzt nur positive Halbwellen. Dadurch, dass man bei der Berechnung des Effektivwertes, kann ich mal hier kurz draufklicken, aber das ist, hier kommt die Definition, sozusagen das Quadrat der Spannung, das Quadrat des Stromes benutzt, ist es egal, ob diese Dreieckschwingung jetzt positive, negative oder nur positive Halbwellen hat. Schlussendlich ist der Effektivwert 1 durch Wurzel dreimal so groß wie der Scheitelwert oder der Scheitelwert ist Wurzel dreimal so groß wie der Effektivwert. Und den Scheitelwert kennen wir ja. Also der Scheitelwert des Stromes IR, hier muss ich natürlich den Strom IR nehmen, der steht ja hier oben, den haben wir hier gerade ausgerechnet, das sind 2 mA. Also kann ich hier den Effektivwert hier oben draus ausrechnen, den, den ich hier unten brauche, IR in groß geschrieben, das ergibt sich aus dem Scheitelwert entsprechend dieses Artikels, nicht durch Wurzel 2, das wäre der Fall, wenn es eine Sinusschwingung wäre, sondern durch Wurzel 3, weil es eine Dreieckschwingung ist. Also müssen wir die 2 mA nehmen und durch Wurzel 3 teilen und dann kommen da 1,1547 mA raus. Zumindest sagt das hier mein kleiner Spickzettel, der hier vor mir liegt, wo ich mir dieses Ergebnis schon mal notiert habe. Und wenn man das jetzt hier unten einsetzt, dann kommt man auf 1,33 Periode 3 mW oder 3,25 mW. Und das ist eine relativ schnelle und einfache Variante, diese Aufgabe B zu lösen, eben über den Effektivwert. Ansonsten könnte man natürlich auch sagen, also die Leistung an den Widerstand PR von T, die kriege ich auch raus als U von T mal IR von T. Und U von T haben wir hier, IR von T haben wir hier. Jetzt müsste ich die beiden miteinander multiplizieren. Also was Lineares mal was Lineares ergibt praktisch eine quadratische Funktion. Und dann müsste ich eben, so wie man einen arithmetischen Mittelwert ausrechnet, also über das Ergebnis dieser Funktion, über eine Periode integrieren, dann kriege ich so etwas wie eine mittlere Leistung mal Zeitfläche raus, müsste durch die Periodendauer teilen, dann kriege ich eine mittlere Leistung raus. Letztendlich ist das aber genau, also kann man sich schon überlegen, wenn ich für U eben einsetze, I² oder I mal R, dann erscheint hier unten I², dann kommt man relativ schnell mit der Definition des Effektivwertes eben auch genau auf diese Formel. Und das hier unten mit dem Effektivwert ist bestimmt die einfachere Variante, das auszurechnen. Unter Nutzung dieses Scheitelfaktors hier, als wenn man jetzt dieses Integral tatsächlich von Hand löst. Damit würde ich sagen, ist diese Aufgabe auch abgehakt. Und ich benutze nochmal Schwarz als Farbe für die letzte Aufgabe, für den Aufgabenteil C. Hier ist jetzt gefragt, wie groß ist der arithmetische Mittelwert der im Kondensator, in der Kapazität umgesetzten Leistung? Und ja, da kann man ganz einfach und ganz schnell hinschreiben, P, vielleicht nenne ich das hier auch mal noch PR und das hier PC, PC sind Null. Also in dem Kondensator wird zumindest über eine längere Zeit, über eine gesamte Periodendauer oder mehrere Perioden gemittelt, keine Leistung umgesetzt, weil der Kondensator mal aufgeladen wird, entladen wird, aufgeladen, entladen wird. Und damit geht da zwar Energie rein und kommt Energie wieder raus, aber Mitte ist eben die reingesetzte Energie genauso groß wie die da rausgekommene Energie. Und das kann man sich auch ganz gut überlegen. Also wenn ich jetzt bei dem Kondensator hier genau das Gleiche mache, ich rechne U mal I, um die Leistung rauszubekommen, dann habe ich ja hier so ein ansteigendes Dreieck und das multipliziere ich mit einem positiven Strom. Ja, dann kommt was Positives bei raus, was dann zusammen sozusagen irgendwie eine Form ergibt, die auch so ein Dreieck, so ein positives Dreieck ergibt. Und wenn ich darüber integriere, ist das die Fläche von einem positiven Dreieck. So, und in der nächsten halben Periode ist das Dreieck genauso positiv, aber von der Spannung, das Dreieck ist genauso positiv, aber der Strom ist negativ. Und das heißt, meine Funktion ist jetzt ein negatives Dreieck, ein Dreieck, was unterhalb der Zeitachse liegt. Und wenn ich darüber integriere, dann kommt da was Negatives bei raus. Und diese positiven, von hier positiven und dann von hier negativen Anteile, wenn ich dann zeitlich mittel, den arithmetischen Mittelwert ausrechne, dann kommt da genau diese Null raus. Aber das kann man im Prinzip meines Erachtens auch, also vielleicht noch mit so einem kleinen Antwortsatz, weil in dem Kondensator immer nur Ladung und Energie gespeichert wird und wieder abgerufen wird, aufladen, entladen, aufladen, entladen. Und es sozusagen keine thermische, umgesetzte Leistung, Energie gibt, wie in dem Widerstand, ist diese Leistung einfach Null. So, und das ist jetzt dann auch schon die fertige, kann ich ein Häkchen dran machen, kurze und knappe Lösung von Hand dieser Aufgabe. Wenn ich Lust und Laune habe, mache ich jetzt zu dieser Aufgabe mal noch ein Video, wo ich zeige, wie man das Ganze auch nochmal in LTSpice lösen kann und simulieren kann. Bietet sich hier so ein bisschen an, ist ja eine sehr einfache Schaltung. Man kennt die Spannung, kann man das mal schnell in LTSpice lösen, eine kleine Probe machen, durch transiente Simulationen in einem Netzwerksimulator. Und vielleicht mache ich auch noch ein weiteres Video, in dem ich zeige, wie man eine solche Aufgabe auch recht zügig in Matlab oder Octave lösen kann, indem man einfach das, was hier passiert, versucht mal direkt numerisch in Matlab zu machen und dort auch diese Effektivwerte und oder sozusagen mittlere Leistung zu bestimmen.